Hi meine Lieben, heute nehme ich euch mit einem Video mit und zwar geht es um ein Unboxing. Ich habe bzw. oder bzw. mein Sohn hat ein Paket erhalten von den 4 Pros heute. Deshalb mache ich schnell ein Unboxing. Es ging darum bei 4 Pro, dass man bei den Getränken und bei den Chips immer einen Code hat und diesen Code dann über eine App einscannen kann. Und diese Punkte pro Chipstüte waren es 20 Punkte, genauso bei einem Eistee. Aber dazu komme ich gleich näher. Und diese Punkte kann man sammeln und kann eben diese einlösen. Wie zum Beispiel, kennt ihr Payback? Bei Payback gibt es ja auch diese Punkte einlösen. Und also in der App selber gibt es ja selber diese Punkte einlösen und alles. Und das gibt es bei 4 Pro auch. Und da hat mein Sohn sich ein Chips-Paket oder eben ein 4 Pro Paket gekauft sozusagen mit seinen Punkten. Und heute kam das Paket an. Wir haben am 6.6. eingelöst und heute ist der 11. oder 12. Jetzt muss ich selber kurz schnell gucken. Heute ist der 12. also innerhalb 6 Tagen war das Paket da. Und ich muss sagen, sehr sehr schnell für das, dass wir wirklich nur ein kleines Paket bestellt hatten. Beziehungsweise davon ausgegangen sind. Der Inhalt des Wertes hat 10 Euro laut der App. Und jetzt wollen wir mal gemeinsam schauen. So, hier ist das Paket. Ein riesen Paket. Dieses Paket kam auf den Namen meines Sohnes. Wie gesagt, diese App läuft auf meinen Sohn. Und deshalb war ich heute am Anfang auch sehr erschrocken, dass ein Paket für ihn da angekommen ist. Und habe es auch schon geöffnet, um nachzusehen. Und im Nachhinein ist mir erst eingefallen, dass es von 4 Pro ist. Weshalb ich jetzt schnell ein Unboxing mache für euch. Ich bin im Kinderzimmer meines Sohnes. Da sind die Lichtverhältnisse gerade nicht so gut. Aber auch im Wohnzimmer wegen EM ist es nicht so leise. Ich habe dieses Video heute versucht, 5 Mal bestimmt zu drehen. Und ich hoffe, es gefällt euch. So, dann starten wir mal. Schaut mal. Boah. Ich zeige euch mal den Inhalt. So sieht es aus. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es aussieht einzeln. Und zwar haben wir hier einmal so ein Chips von Lace. Oder Lice. In gesalzen. Es sieht aus, als wäre es hauptsächlich im Chips Paket. Und dann einmal Super Paprika. alles von leis genau da hier einmal kräuterbutter mit dem fußballer messi drauf muss ich sagen das wird mein mann gefallen im hintergrund hört ihr die kinder nach derzeit versteckt euch nicht dann gibt es noch mal kräuterbutter außerdem gibt es zweimal pringels einmal die grüne hier dann einmal diese rote hier und dann dahin genau deine sachen dann gibt es hier zweimal energie trinkt die energie trinkt sind direkt für mich ich mag sie auf jeden fall ja aber mache ich nachher auf jeden fall ist dieses für bruder für mich in mint und ach beide sind chili mint da ist noch ein in mint du darfst das essen aber im mons mal bitte und dann haben wir hier einmal ein liter muss das sein oder einmal ein liter mango maracuja eistee von froh pro und einmal froh pro lemon auch eistee und wir sind zum ende geneigt ich bedanke mich hier jetzt noch mal schnell recht recht herzlich dass sie vorbeigeguckt es war jetzt ein ganz kleiner unboxing ach ja zudem kurz noch die kurz gibt es hier hinten immer wenn ihr diese getränke kauft gibt es immer auf red bull auf chips und auf eistee mal das hier also so cool oder eben auch hier diese müssen wir eben immer auf kratzen oder auf rubeln damit ihr den code habt und durch die 1250 für ein paket sein oder eben chips paket aber es gibt auch bei einem wenn ich mich nicht täusche haribo ich kann euch auch einmal die auf jeden fall so sieht sie aus und dann gibt es so ein also das ist dieses hauptseite und dann gibt es hier unten ein scanner und wenn man auf den scanner drückt kann man eben scannen und dadurch dass man scannt also dadurch dass ihr diesen code scannt könnt ihr dann diese aufgerubelte zahlen oder eben buchstaben hier unten eingeben da kommt extra so eine zeile mit achtstelligen oder zehnstelligen pin und diese gibt ihr ein dann könnt ihr unter godis hier unten unter godis wählen zum beispiel wir haben food box for pro und hier steht dann die kosten also die punkte hier steht zum beispiel 1250 punkte könnt ihr das seht hier und dadurch könnt ihr also für pro box 2 im wert von 10 euro da ist haribo ferrero pringels drin und bei den anderen ist eistee 4 pro chili mint also red bull lace und pringels dabei und dann kriegt ihr die box eben nach hause geschickt es gibt auch viele viele andere wie zum beispiel gaming xbox gut xbox gut haben playstation 5 euro gut haben oder eben auch merch box da gibt es dann vieles musik amazon so ein netflix gutschein müsst auch geben und es gibt auch vodafone und alles mögliche gut haben genau ist es keine werbung ist es kein keine kooperation ich wollte euch nur noch mal kurz erzählen um was es hier ging und unsere box mal zeigen ich ein schönes wochenende und einen schönen tag und freue mich dass ihr bei mir vorbeiguckt wie immer freue ich mich auf ein abo oder ein einkommen